Ich kann dir jetzt hier zwei Tipps verraten, wann du sicher bist, dass du eine Frau küssen kannst. Der eine Tipp ist, wenn du ihre Hand nimmst und leicht hier hin drückst, zweimal, und sie auch anfängt, deine Hand zu kneten. Das ist ganz am besten hier versteckt, wenn die Kamera nicht da ist, nimmst du ihre Hand hier und spielst so ein bisschen rum. Und wenn sie auch anfängt leicht zu drücken oder deine Hand leicht berührt, weißt du, dass du sie küssen kannst. Anderer, du nimmst ihre Haare, Frauen mögen das eigentlich nicht so gern, gehst hier ganz leicht hin, kiebst es ganz leicht. Und dann weißt du, wenn du merkst, dass sie sich nicht von dir entfernt, sondern bei dir bleibt, weißt du, dass du sie küssen kannst. Du musst natürlich erst mal so weit kommen, das heißt, du musst Vertrauen aufbauen, guten Spruch am Anfang, und dann schön ein bisschen mehr Humor, das hast du doch echt drauf. Also die spielerische Ebene. Versuchen wir mal, das legen wir nicht los, oder? Perfekt. Du musst halt ein bisschen schneller reagieren. Nimmst du in die Hand, zack, da ist einmal eine Fierruhe. Das haben wir noch vor, ich denke, ich denke, du denkst schon wieder viel zu viel mehr, du bist voll im Kopf. Aber es dauert nur Ansprüche, du sagst, keine Ahnung, die will nicht, kann auch nichts draus werden. Also, ich tippe jetzt irgendwo hin, und dann gehst du da hin. Und eroberst zu. Das kannst du, das weiß ich. Okay? Okay? Okay. Outro